Ah, hi, du bist. Komm rein. Moin Leute, wir haben upgrade. Ich habe einen so geilen Selfie-Stick hier. Und ich weiß auf jeden Fall, wer jetzt völlig aus seinem Häuschen fallen wird. Mega geil für Content. Ja, mega. Hi Freunde, wir sehen neben mir gerade Hauke, professioneller Masseur, und Ötzi, der in den Genuss einer Massage kommt. Es ist keine ganz normale Massage, Hauke, vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist. Jo, es ist eine Massage, die verstärkt wird durch intuitiven Gesang, durch Obertongesang, die dafür sorgt, dass sowohl Körper als auch der Geist halt im Einklang miteinander wieder schwingen. Und das Ganze wirkt sehr harmonisierend und sehr entspannend auf sowohl den Körper als auch den Geist. Okay. Und das Ganze sieht so aus. Oh, Alter. Erzähl drei Worte Feedback von dir. Drei Worte. Das ist Biohacking. Kiko, Leute, das sind diese Spenade, das sind diese Menschen, glaube ich. Achtung, Freunde. Wir verwenden es nur, wenn du es schaffst. Alter, nice. Nice. Ja, es geht mit ihm. Nicht, nicht, nicht am... Nein, nein, nein. Jetzt mach. Wow. Na, jetzt ohne Absetzen wieder hoch. Boah, Alter. Ich bin gerade echt nicht mehr. Wenn du es ein drittes Mal schaffst, bist du richtig gut. Nee. Guten Morgen. Es steht ein weiterer Tag im Primal Lab an. Hey, Phil. Ich wollte fragen, was du da gerade zubereitest. Ich bereite gerade einem Bulletproof Tea zu. Und was ist das Besondere an diesem Bulletproof Tea? Das liegt einfach nur daran, dass ich nicht gerne Kaffee trinke und trotzdem die Vorteile eines Bulletproof Getränks haben möchte und deswegen das einfach in Verbindung mit Tee mache. Pff. Foodhack. Jo, Freunde, ich bin heute auf dem Weg zum Soho-Haus. Da treffen wir uns mit unserem Health-Coach Ötzi und Jaffa von Vitamin B. Denn demnächst wird es ein großes Live-Event geben, bei dem Ötzi und Jaffa am Speaker ist. Und dann planen wir gleich ein bisschen, wie genau alle ganzen Kaffee ablaufen sollen. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier gerade raus von Fitness First und habe unsere Mikro-Workouts mal auf die Probe gestellt. Ich habe jetzt mal hier Banddrücken getätigt und zwar 85 Kilo auf Oldschool-Art nüchtern. Und Oldschool bedeutet, die Stange droppt auf der Brust einmal. Und das Ganze habe ich locker fünfmal getätigt und seit einem Jahr kein Banddrücken getätigt, sondern nur unsere, überwiegend nur unsere Mikro-Workouts jeden Tag. Nüchternreines Training, super gemeistert. Und was heißt das? Das bedeutet, Hashtag Pumpen is out. Hashtag Langlebe Biohacking. Hashtag die Fitnessindustrie verarscht dich. Ja, Leute, guckt mal, wenn ich hier gefunden habe, unseren Hells-Royce Ötzi. Und ich bin zum ersten Mal hier und ich gucke mich mal um. Sieht ziemlich fancy aus. Der Ötzi hat es geschafft und hat sich halt uns alle wieder nach draußen gezogen, um einen kleinen Liegestütz zu machen. Und diesmal sind nicht nur Ötzi und ich dabei, sondern auch zwei coole Kumpels von uns. Und von Vitamin B, vom Coworken-Gear. Wir planen die Paleo Convention 2017, die am 2. September stattfindet. Und was machen wir, Dalia? Wir werden da einen großen Bereich haben. Seid gespannt, was euch überraschen. Und komm, komm. Ein kleiner Nachfrag zu Mikroworkouts, weil einige Leute sagen ja, ja, es ist aber ungewöhnlich, wenn du im Büro auf den Boden gehst und ein paar Legeschüssen machst. Ja, es ist ungewöhnlich. Aber was ist denn heutzutage normal? Der Normalzustand ist, dass 50 Millionen Menschen in Deutschland übergewichtig sind, dass 8 Millionen Menschen in Deutschland Diabetiker sind, dass Leute krank sind, schlecht schlafen, sich nicht konzentrieren, können keine Energie haben. Das ist der Normalzustand. Und um Normalzustände zu brechen, musst du ungewöhnliche Dinge tun. Und Mikroworkouts sind diese ungewöhnlichen Dinge, die unglaublich wenig Zeit erfordern, aber einen riesen großen Unterschied machen können. Und jeder kann das jeden Tag machen. Yo Leute, ich bin ja einmal kurz ins Nachbarkafé gegangen vom Soho. Wen haben wir da gefunden? Ihr habt es von Primal Estate und Martijn von Nuri Green. Und noch jemand von Nuri Green, Patrick, ich zeig immer nur von hier. Ja, auch ein bisschen von vorne. Ihr habt ihn in unserem anderen Vlog ja schon gesehen. Und manchmal, wenn wir keine Lust haben, im Büro zu arbeiten, setzen wir uns eben in irgendwelche coolen Cafés und geben vornos ein bisschen Gas. Macht hier auch Spaß und auch hier erstmal ein Produktiv. So, wir sind jetzt immer noch im Rose Garden mit den Nuri Green Boys. Und damit wir hier nicht einrosten beim Sitzen, machen wir jetzt erstmal vier Minuten knackige Plank, während die im Büro wahrscheinlich schon mehrere Mini-Workouts hinter sich haben. Es ist jetzt unser erstes Workout hier. So, Achtung, das hier wird jetzt eine kleine Erklärung. Und zwar haben wir vor, unsere Vision sieht vor, dass wir das in allen Büros europaweit verbreiten und integrieren, dass alle Mitarbeiter anfangen, alle 40 Minuten diesen Mikroworkout zu tätigen, damit sie wieder konzentriert, fokussiert sind und ihre Arbeit vernünftig nachgehen können. Und ich verspreche euch, wir werden es schaffen. Ich bin einfach zu kurze Arme, Alter, aber so klappt es. Okay, der Chef hat gerade gemeckert, weil ich gerade hier mit Rafa alleine das Mikroworkout gemacht habe. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal mit ran. Und wir machen keine 50 jetzt, sondern 60. Aber 70. 76 haben wir kurz Pause gemacht, die wollen die 100 knacken. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Ich glaube, ihr habt die 100 schon gemacht, natürlich, ne? Guck mal die Brust da. Ich bin gespannt, ob sie es machen. Wenn es dann ans Schleppen geht, dann sind plötzlich alle ganz schnell weg. So, wir haben jetzt den Videodreh für die Energizer Challenge hinter uns gebracht. Erfolgreich abgeschlossen, abgehakt und nie wieder geöffnet. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg gerade ins Büro, um dort dann die anderen zu treffen und dann mal das Videomaterial zu sichten. Was machen wir, wir müssen jetzt das Ende machen. Wir müssen jetzt das Ende machen. Was hatten wir das letzte Mal? Hey, und somit sind wir schon... Ach Gott, was mache ich denn hier? Das ist eigentlich das Einfachste überhaupt, ne? So, und somit sind wir schon am Ende des Vlogs diesen Tag angekommen. Abonniere auf jeden Fall unseren Kanal und like das Video, falls es dir gefallen hat. Schalt auf jeden Fall auch beim nächsten Mal rein. Dein Primal State Team. Bis dahin, alles Gute! Bis dahin, alles Gute! Bis dahin, alles Gute! Untertitelung des ZDF, 2020